So, moin, hallo, willkommen zu meinem echten Info-Video auf diesem Kanal und zwar geht es darum, was ich heute im Kanal überhaupt für Hunde und was ich mit dem Kanal erreichen will Ich finde es ein Thema und viel berät, um zu wissen, was wegen Ideen des Hunden und was ich will machen Also die Videos kommen halt nicht wissenschaftlich, ich probiere es so optimistisch zu machen also wissenschaftlich kann ich leider nicht versprechen, weil es einfach mit meiner Zeit privat, mit meiner Lehre einfach nicht geht Also zu dem echten Spiel werde ich mich aufwertet abholen demnächst als Hotz, also Heroes of the Storm Ich probiere es immer in der Woche zu machen, aber ich will nicht suchen Also, ich verpöre es nicht, aber ich probiere es mein Bestes Video Nummer 2 ist in den GTA, der GTA 5, den Online-Modus, den könnt ihr aufdeid, weil ich dort mein Fierro abholen Das sind die Deutschen, die nur durch den GTA-Kanal gelehrt, von dir hier holen, stattdessen, ob sie aufdeid, aber ich hoffe, dass es nicht gut geht Ähm, ja, das war jetzt schon der Link der Playlist vom GTA 5, das sind immer von den Moments, die man sich auch schon heute auf meiner Hand So, kommen wir zu meinem nächsten Thema, das ist mein Videoprojekt Spielen Ja, ich weiß nicht, dass ich dann immer Spiele, die ich nicht Let's Playen will, aber erst einmal gewissen will, wollen Die Playlist weiß nicht, dass ich nicht mehr in meinem Teil Ja, und da fährt dann schon der Moment Du kommst auch immer mit einer Neuer dabei, wenn ich nicht spiele, von dem, was ich gerne spielen will, aber erst, aber ok, Let's Play, davon auch, weil ich abbrechen Ja, für Let's Plays Also, nächstes Thema sind Let's Plays, die ich demnächst mache, wenn die bestimmten Spieler raus sind Also, es werden Let's Plays kommen, aber die werden dann auch deutlich kommen Weil ich sind halt noch Kängspieler raus, die ich nur momentan als Hauptstand von mir Vom Willen aus hier, gerne machen Vom letzten Thema, wo ich Videos auf YouTube will machen, ist dann meine Random Real-Life-Videos-Playlist Die erst dann im Entein Du siehst dann, wo in dem Video wirst du dann halt durchgeschenklafen am... We-Life Ja Am We-Life du dann durchgeschenklafen, dann halt Blödsinn machen, und dann mal noch Gamescom wollen und dann mal in Phantasialand Oder was, ich weiß gerade, wo du lösst, wo du ein Longboard fahren, ein Skateboard fahren, ein Watto und dem, wenn du nicht könnt Du hast auch ein Video geplankt, denn es ist an Planung Also, am We-Life bist du da pur geplankt, da kommen noch ein paar Witz und Sachen dabei Und zum Last, ein guter Last Geben euch das Spiel dann auf meiner Facebook-Seite Das Arabio-Facebook-Seite, nicht meinen normalen Account Den auch auf dem YouTube verlinkt, wenn das mein Facebook-Seite Da kommen mache, werde ich demnächst mehr aktiv sein Ähm, ich fote noch für We-Life oder wenn ich ein Video poste oder wenn ich Video am ganz schnellsten Hier oben posten Und dann habe ich erst mein Twitter, wo schon auch ganz so aktiv sind Also, mehr WoW-Aktiv sind, weil die neue Twitter-Funktion von euch extrem geil Die gibt es schon einen Patch mehr, ich benutze die dauerhaft Und ich fand die wirklich cool Wie gesagt, ein paar Facebook, ein paar Twitter Und dann habe ich abonniere Und wenn man mir sieht, da kommt noch ein paar neue Sachen Ja, also, ich mag das wahre, das Ich lese in den Kommentar, du Ich lese in die Bewertung, du Und dann lese in die Abo, du Läh Läh